Die Konkurrenten sind immerhin vier erfahrene Gastro-Profis. Pjotr ist gelernter Koch und testet die überbackenen Sylter Royal-Austern Rockefeller. Hotelfachfrau Constanze widmet sich dem Ziegenfrischkäse aus Keitum auf Sylt. Küchenchef André hat sich das Spargelsüppchen bestellt. Nicole hat Miefeuille, also 1000 Blätter vom Beef Tartar. Ich bin ganz glücklich mit meiner Wahl. Gut geschichtet. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, die Anrichterweise war dann schon sehr fein. Also man hat gesehen, dass da mehrere Handgriffe für nötig waren. Liebevoll war das angerichtet auf jeden Fall. Genau, und sehr durchdacht und also auch optisch fürs Auge was. Ich würde sagen, wir fangen an. Guten Appetit. Lass uns schalten. Guten Appetit. Tschüss, damit es kalt wird. Jetzt zählt weniger die Optik. Es kommt den Gastronomen vor allem auf Geschmack, Qualität und Raffinesse an. Also ich habe hier dieses traumhafte Miefeuille vom Rinder-Tartar. Das ist, wie man so schön sehen kann, hier auch ganz toll geschichtet. Schmeckt hervorragend. Das Miefeuille, das ist so toll und das hat genau die Qualität, die ich mir gewünscht habe. Das ist ganz feines Rind, sehr aromatisch. Ich gehe davon aus, dass er es mit der Hand geschnitten hat, weil durch einen Wolf ist das meist so ein bisschen cremiger. Kann auch schon nötig werden. Es waren Kapern drin, es war Sardellen drin, das konnte man alles wunderbar rausschmecken. Und das war einfach so knackig halt auch dadurch. Und was man auch vor allen Dingen schmecken konnte, dass es richtig gutes Fleisch ist. Dann habe ich hier noch ein bisschen Kartoffel-Tartar, passt wieder super zu dem Tartar dazu. Auch sehr aromatisch, ein bisschen Kräuter dran, genügend Salz. Bei mir schmeckt es hervorragend. Pjotr liebt Pink, trägt aber keine rosa Brille und urteilt ganz sachlich. Also ich habe bestellt Siltar Royale, Rockefeller, also was Besonderes. Also die Siltar Royale, ganz frisch von nebenan, mit Geschmack auch von dem Meer, von Nordsee natürlich. Schmeckt sehr gut, also Spinat mit saniger Sahnesauce und fein geschnittenen Tomaten mit Käse überbacken. Also sehr lecker, was Feines. Welche moderne Note hat denn André's Klassiker? Was mir bei der Suppe gefällt, die ist nicht so schwer. Die ist nicht so eine typische, kräftige, dicke Pampe, sage ich jetzt mal, sondern die ist leicht und das gefällt mir. Dadurch hat man auch ein sehr gutes Mundgefühl. Die direkte Kombination als Suppe und den Hummer kannte ich so nicht, als gekocht, als Spargel, ja. Aber ich finde, es passt sehr gut zusammen, weil auch das Tartar vom Hummer ist auch leicht gemacht. Also dadurch passt es wirklich sehr, sehr gut zusammen. Es hat eine gute Basis. Also mein Hummer-Tartar ist angerichtet. Ja, ein bisschen wie vom Curry-Chip, von der Konsistenz. Den könnte man weglassen. Das ist zu Curry-lastig. Das übertüncht so ein bisschen, finde ich, leider dann wiederum den Hummer-Geschmack. Zum Thema aufdringliche Aromen kann Constanze gleich auch noch was beitragen. So, ihr Lieben, war ihr zufrieden? Hat es euch gefallen? Geschmeckt? Im Großen und Ganzen super. Das ist ja gerade ein Jong, der schüttelt den Kopf und sagt. Also bei mir war das so, Gerd, das für mein Empfinden war das Dressing vom Felsalat ein ticken zu sauer. In der Kombination mit dem Ziegenfrischkäse und dem Honig hebt sich das wieder ein bisschen auf. Das ist okay. Ansonsten im Brikteig der Ziegenfrischkäse mit der Tomatenmarmelade. Perfekt, super. Mit dem Pinienkern, alles super abgestimmt. Sehr lecker. Gut. Ich mag halt auch einen Felsalat, das ist ein bisschen ein Produkt, so ein Wintersalat, der eigentlich auch ein bisschen einen kräftigen Dressing dazu verträgt. Also das meine ich. Und wie du sagst, in der Kombination mit dem Süßen und dem Saueren, dann passt das eigentlich. So gesagt, in der Nacht, ne? Ja. Okay. Gerhard nimmt die Kritik wirklich gut auf. Er hat es als konstruktiv gesehen und hat aber auch mir erklären können, wie er sich den Felsalat wünscht. Er sagt, das ist ein Wintergemüse und er möchte den gern etwas saurer haben. Und dann mag es so sein, dann soll es so sein, aber das ist ja nicht jedermanns Sache. Bei André ist Gerhard ja auch würzig übers Ziel geschossen. Ja. Ja. André, bei dir? Für mein Empfinden war mir der Brickteig zu currylastig, also zu dominant. Es hat den harmonischen Geschmack für den anderen zu sehr übertüncht. Okay. Zu kräftig, einfach da abgeschmeckt. Akzeptiere ich jetzt so. Ich finde halt bei einer Spargelsuppe, wenn du dann eine schöne Komponente nochmal dazu hast, dass du ein bisschen was im Background hast, über die Süße vom Spargel ist das auch schön. Aber okay, das ist deine Meinung. Ich finde auch, wie Gerhard mit der Kritik umgegangen ist, doch sehr professionell. Also ich hatte zwar das Gefühl, zuerst wusste er nicht so ganz, wo drauf ich hinaus wollte, aber dann, finde ich, hat er das sehr professionell aufgefasst und hat auch erklärt, warum er das so gemacht hat. Und das hat mir wieder sehr gut gefallen. Danke für das Feedback und ich mache dann mit dem Hauptgang für euch weiter, ja? Prima, danke. Vor seinen Gästen bleibt Gerhard gelassen, aber wie reagiert er hinter den Kulissen? Also mit der Kritik kann ich leben. Jeder hatte vielleicht ein bisschen einen anderen Geschmack, aber für mich war das soweit okay. Heute gibt es Butter bei die Fische, so lautete Gerhards Kampfansage am Morgen. Und die Rivalen wollen jetzt prüfen, ob hier wirklich alles in Butter ist. Hallo Gerhard. Wollt ihr mal meine Küche anschauen, ja? Ja, gern. Wir wollen die mal beim Berg gehen. Was schmacht so lecker? Ich mache jetzt den Steinbutt mit Hummer. Schau mal, hier habe ich schon einen Steinbutt. Und dann haben wir hier noch einen Hummer, einen Teil vom Schwanz gibt es dazu, eine Schere. Und das braten wir jetzt kurz an. Woher kommt der? Der Hummer kommt momentan aus Kanada. Okay. Europäischen gibt es zurzeit noch nicht. Und ja, fangen wir mal mit an. Das Gericht hat Konstanze bestellt. Die Restaurantchefin schaut deshalb jetzt ganz genau hin. So, jetzt rutschen wir den ganz leicht an. Ist das ein Pfeffersalz-Gemisch? Ja, das ist Pfeffersalz. Und dann lege ich den auch da ganz kurz nur mit der Hautseite ins Mehl, damit er nicht so anhängt und die Haut trotzdem knusprig ist. Du kannst ja beim Steinbutt, die weiße Seite von der Haut kannst du eigentlich mitessen, ja? Die dunkle Seite, da hast du ja die Steine und Verknorbelungen drauf, die kannst du ja nicht mitessen im Endeffekt. Die Knochenhöcker oben drauf sehen aus wie Steinchen, daher der Name Steinbutt. So, ich brate den jetzt dann ganz kurz an. Sie ist halt schon eine schöne Farbe, ja? Und dann wende ich den einmal und dann lege ich den in eine Butterpfanne. Was hast du da drin in der Pfanne noch? Ich habe jetzt in der Pfanne Rosmarin und Knoblauch, ja? Das gibt nochmal einen schönen Geschmack dazu und arrossiert das Ganze. Und das ist jetzt, Entschuldigung, das ist jetzt Butter? Das ist Butter, ja. Reine Butter, ne? Reine Butter. Er ist sehr erfahren, das merkst du sofort, also er ist sehr sicher in dem, was er tut und macht. Ich glaube, er lässt sich auch nicht reinreden, also das glaube ich ganz bestimmt. Und jetzt stellen wir den unteren Salamander und da kann er dann ganz soft, Minzin bleibt schön saftig und wird nicht so schnell trocken, ja? Schön soft, das ist wichtig. So, und dasselbe machen wir jetzt noch mit dem Hummer. Da habe ich auch nochmal so ein Pfännchen mit Butter oder Sotöse mit Butter, Knoblauch und etwas Thymian hier drin. Das Krebstier ist vorgegart und muss nicht lange im Fett schwimmen. Warum bittest du ein Gericht mit Hummer und Fisch zusammen an? Finde ich witzig, ja? Also ich finde, einmal hast du so Krustentiere und einmal hast du so den König der Meere, den Steinbutt. Und das finde ich einfach Schalentiere und ein Fisch zusammen in Kombination finde ich schön. Werte das Ganze auch nochmal in sich natürlich auf. Das Gericht kostet 42 Euro, da darf man wohl wertvolle Zutaten erwarten. So, ich gebe da jetzt noch ein bisschen Frühlingslauch, Schnittlauch und etwas Petersilie dazu. Und was hast du in den Taufs hier? Was vorbereitest du hier, Gerhard? Das ist jetzt das Sauerkraut-Püree, ja. Das wir mit dem Steinbutt und Hummer kombinieren. Und ich finde eigentlich Sauerkraut-Püree eine schöne Geschichte, ja. Früher sind die Seefahrer mit Sauerkraut auf die Weltmeere gefahren oder gesegelt, ja. Das ist ein guter Vitamin-C-Träger. Und ich denke, das passt so in der ganzen Philosophie und Kombination schön zusammen. Na, wenn er meint. Gerhards Aroma-Experimente sind dem einen und der anderen ja eben schon sauer aufgestoßen. Mal sehen, was Konstanze jetzt zum wilden Steinbutt mit Hummer auf Sauerkraut-Püree sagt. André probiert als Hauptgericht das allerlei vom Salzwiesenlamm. Nicole hat die halbe Vogelkojenente klassisch bestellt. Und Pjottere ordert die Seezunge-Müllerin-Art auch ein echter Klassiker an der See. Also, der erste Eindruck ist bei meinem Gericht sensationell. Also, ich finde, da sind auch Überraschungen drin, irgendwie. Statt des Salates, der eigentlich auf der Karte steht, ist ein bisschen Gemüse mit angerichtet. Super, tolle Lösung gefunden. Ja, wir sagen, guten Appetit. Guten Appetit. Das wünsche ich euch auch. Gerhard will mit seinen Hauptgerichten Maßstäbe setzen. Oder lockt er damit einen Genießer wie Pjottere nicht hinterm Deich vor? So, die Sitzung, also Nordseelsitzung, also schmeckt wunderbar. Dazu Zitrone. Also, ist ganz einfach vorbereitet, aber schmeckt gerade so gut mit Salz und Pfeffer. Schöne Farbe, also Fleisch, sehr gut. Und, ja, dazu Gurken mit Sahne, sehr gut vorbereitet. Kartoffeln, also schmeckt perfekt. Also, besser kann man nicht machen. Ich würde nicht besser machen, also wirklich schmeckt perfekt. Fällt Andres Kritik auch so lammfromm aus? Ich habe ja mir das allerlei vom Lamm genommen. Ich muss wirklich sagen, schmeckt mir sehr, sehr gut. Wie ihr sehen könnt, ich schneide mal ein Stückchen ab. Also, den Garpunkt des Lammes habe ich mir genauso gewünscht. Also, wirklich medium, toll, zart, geschmacklich sehr gut. Auch hier der gratinierte, auch sehr gut. Ebenfalls, obwohl es gratiniert ist, immer noch sehr schön. Zwar natürlich nicht mehr ganz so saftig wie das andere, aber immer noch saftig genug. Das Gericht als solches ist wirklich großartig gelungen. Also, kann ich nicht anders sagen. Die Optik, absolut top, Geschmack gut. Also, wirklich, ich hoffe, es ist bei euch genauso wie mein Gericht. Also, ich gebe meins nicht her, ich verteidige es. Das, also, ja, wirklich klasse. Was sagt denn Nicole zum Renner des Hauses? Ja, und ich habe den Klassiker, die Ente. Und ich weiß auch, warum das der Klassiker ist, jetzt nachdem ich es gegessen habe. Das ist nämlich so, dass das mit dieser Soße so fantastisch harmoniert. Diese Ente, die ist halt eben wunderbar gegart, so wie man das mag, mit einer ganz groschen Kruste, einem ganz schönen, zarten Rotkohl, der eben nicht zu grob ist, dass er dann hart wird und nicht zu weich, also nicht zu dünn geschnitten, dass er dann weich wird. Also, harmonisiert alles sehr, sehr gut. Also, auch keine weitere Dekoration auf diesem Teller, weil das braucht das Gericht gar nicht. Ich finde, die Ente wirkt für sich. Alles in allem finde ich, das ist ein sehr gut bürgerliches Gericht, was aber auch wunderbar hierher passt. Also, das finde ich ganz faszinierend, dass man das so kombinieren kann. Das Gericht, was ich ja eben hatte, war ja doch sehr kunstvoll gestaltet. Und hier hat man das Gefühl, das kann auch oben meine Omi gekocht haben mit ihrer klassischen, traditionellen Soße. Also, das macht Spaß. Konstanze ist wohl schon der Spaß vergangen. Ist dir irgendwas sauer aufgestoßen oder was? Ich gehe mal kurz bei Gerhard in der Küche vorbei, ja? Ich bin gleich wieder da. Ui, na, da hat jemand anscheinend ein Hühnchen mit dem Koch zu rupfen. Ärgern würde mich, wenn jetzt irgendwie jemand sagt, es ist ihm nicht durch genug, es ist ihm vielleicht von dem Garpunkt her nicht richtig, es ist ihm zu geschmacksintensiv oder zu lasch. Ich meine, man muss ja immer ein Gericht in der Kombination essen, um das zu verstehen auch und zu schmecken. Und das würde mich jetzt ärgern. Ob Konstanze ihn jetzt gleich ärgert? Ei! Was ist los? Na, alles gut. Ich wollte das ganz kurz nochmal persönlich sagen. Für mich war das Gemüse, das hast du ja toll gemacht. Du bist ja darauf eingegangen, auf meinen Wunsch, dass das Salat ist. Es ist sehr al dente. Für mich persönlich. Aber vielleicht möchtest du das auch so haben. Das kannst du ja gerne nochmal begründen. Und das Sauerkraut ist, da ist es vielleicht auch meine Empfindung, wieder ziemlich sauer. Ich finde, da geht so ein bisschen der Hummer und der Fisch ein bisschen unter. Sollte ihn das jetzt sauer machen, darf sich der Profikoch und Gastgeber natürlich nichts anmerken lassen. Findest du zu sauer? In der Kombi mit dem Fisch hat es mir zu viel genommen. Ich glaube, mit Säure hast du es eben so ein bisschen. Die Säure beim Salat, die Säure beim Sauerkraut, die mild ist, vielleicht bist du da ein bisschen sehr sensibel dafür. Mag sein. Mag sein. Ja, aber tolle Gerichte. Muss ich jetzt mit leben. Ich kann damit leben. Also Frieden? Ich denke, dass Konstanze sehr säureempfindlich ist und grundsätzlich das Gemüse ist gekocht, wird Sous-Vide gegart. Und vielleicht war die ein oder andere Karotte, vielleicht war ein Stück dabei, was ihr doch ein Ticken zu hart war. Kann ja gut passiert sein. Mein Dessert kann zumindest mit Säure nicht so viel schief gehen. Sicherheitshalber schaut Mitstreiter André beim Anrichten vorbei. Hey, Hayoyo. Hi. Ja, Mensch. Also erstmal Gratulation. Du hast es schon gut vorgelegt. Danke. Mit deiner Crew. Ja, danke. Also wenn das so weitergeht. Das soll nicht so weitergehen. Ja, für dich ja. Für uns. Ganz dann gefährlich. Was machst du jetzt, wenn ich fragen kann? Ich mache jetzt nochmal ein Dessert im Glas von Ton Bärz. Wir machen immer so eine Dessert-Komposition. Und momentan habe ich was mit Granny Smith Apfel. Das ist so eine geschichtete Geschichte. Du hast zuerst so ein Gelee, dann kommt eine Zimt-Mascarpone-Creme. Ach du Jemini, Wert Fontaine vom Granny Smith. Das ist doch dieser quietschgrüne, stark säuerliche Apfel. Und ausgerechnet Konstanze hat es bestellt. Und was kommt jetzt? Als nächstes mache ich Apfel Sorbet. Das haben wir natürlich auch selbst gemacht. Auch aus den Granny Smith Äpfeln? Auch aus dem Püree von Granny Smith Äpfel. Mit Läuterzucker. Und ein paar kleinen Aromaten noch. Ein bisschen Limette dabei. Ha, ja klar, weil Sauer so lustig macht. Gell, Konstanze? Dann haben wir ein Espuma. Ist das so weiss drin? Das ist auch so ein leichten Schaum von ein bisschen Mascarpone. Und das soll eigentlich nur noch was Lockeres dazu sein. Weil sonst haben wir ja eigentlich genügend Apfel, dass wir noch was Fluffiges, Leichtes dabei haben. Fluffig, cremig kommt zwischen all der Säure bestimmt ganz gut als Ausgleich. Also du hast mich schon überzeugt. Also ich würde das jetzt auf jeden Fall probieren. Ja? Das sieht locker aus, sieht gut aus. Also hast du dich neugierig gemacht mit dem bisher? Gut, dann machen wir das, ja? Sehr gut. Koch Gerhard legt den süßen Gang ein und düst damit in den Gastraum zur kritischen Konkurrenz. Konstanze bekommt was für ihren Säurehaushalt. Sie probiert die Werbfontänen vom Granny Smith. Für André ist die Nougat Pralinen-Schnitte mit gepfefferten Kirschen. Nicole schließt den Magen mit der Auswahl von Backensholzer Hofkäse. Und Piotr hat sich den geschmelzten Marillenknödel ausgeguckt. Wie reagieren Konstanzes sensible Geschmacksnerven auf den Nachtisch? Na? Also das Dissert, was ich hier gewählt habe und was ich hier vor mir stehen habe, hat mit absoluter Rechtigung den Namen und zwar Fontaine Wert. Also das ist eine Explosion vom Granny Smith. Man geht da durch mehrere Schichten durch. Ganz unten sind Stückchen vom Apfel. Dann ist da eine Schicht mit Mascarpone-Creme. So deute ich das. Dazwischen ist ein Eis oder ein Sorbet vom Granny Smith und oben noch mal eine Creme drauf. Sensationell. Ganz oben noch ein bisschen Crispy-Sachen, damit da noch mal so ein bisschen Schmackes reinkommt. Sensationell. Super. Grandios. Bei deinem Dessert, da war ich ja mit in der Küche, wo sie das gemacht haben. Und das war schon so, wie sie es angerichtet haben, ich wollte das gerne probieren. Also hätte ich mir nicht mal meine Nougatpraline rausgesucht, hätte ich mir auf jeden Fall deins genommen. Also hätte ich es aus der Küche weggeklaut. Darf ich dir das nochmal anbieten zu probieren? Ja, aber natürlich. Darf ich dir nochmal einen Löffel anbieten? Aber auch natürlich nicht. Das Glas sieht sie doch nie wieder. Ist das einen größeren Löffel gegeben? Hätte ich mit einem, hab's alles weg. Ich glaube auch wichtig bei diesem Dessert, wirklich von unten nach oben. Das sind alle Komponenten. Ganz viel Schichten. André sucht die Gerichte für sein Bistro sehr sorgfältig aus. Wäre das was? Wirklich. Eine tolle Säure, oder? Ja. Super. Finde ich auch. Eine Säure, jetzt haben Sie mich gekriegt. Perfekt. Wirklich. Jetzt haben Sie mich bekommen. Sehr gut. Für welche Geschmacksrichtung hat sich denn Nicole zum guten Schluss entschieden? Ja, und ich hab hier meine ganz fantastische kleine Käseauswahl. Genau das Richtige jetzt noch für meinen kleinen Magen. Und zwar ist die vom Hof Backensholzer, das ist ja eine von Husum, ich weiß nicht, wer das kennt. Also auch feinheimisch und ganz regional, das freut mich sehr. Ich bin jetzt nicht so ein Fan vom Blauschimmelkäse, also wer sich opfern möchte, gerne. Aber die anderen sind alle vorzüglich. Und zwar ist der eine hier mariniert, also Kumichkäse mit Schnittlauch, der andere mit so einer Rotweinjus, dann habe ich den Fabro und den Deichkäse. Also die Käseauswahl war absolut gelungen. Man sagt ja immer, Käse schließt den Magen und das hat es bei mir tatsächlich gebracht. Also ich bin voll insglücklich und zufrieden mit dem, was ich heute hier gegessen habe. Ach, André hat ja auch einen eigenen Nachtisch. Was war das noch? So, ich habe jetzt hier mein Nougat-Dessert, eine Nougat-Praline vielmehr. Und sie ist wirklich um Klassen besser, als ich mir sogar noch vermutet hatte. Weil normalerweise ist Nougat ja, wie man das kennt, sehr fest, sehr mächtig. Aber es ist wirklich raffiniert, leicht gemacht. Also es ist wirklich, man hat nicht das Gefühl, dass man Nougat isst, sondern eher ein bisschen wie ein Wölkchen. Also das ist wirklich gut. Und natürlich jetzt auch mal zur Anrichtung selber noch. Jetzt habe ich das so gelobt. Ich finde halt auch, wie es angerichtet ist, wirklich super. Also das ist schon von Anfang bis zum Ende doch ein sehr gutes Restaurant, wo man wirklich sagen kann, Preis-Leistung stimmt. Also es ist schon gehobenere Küche, definitiv. Also es ist nicht Kalis-Imbiss, sondern es ist schon wirklich sehr, sehr gut. Dann fehlt jetzt nur noch Piotres fachkundige Meinung zur Schokoladenseite des Lokals. Also mein Dessert, also die Marillen-Knödel auf Pflaumen mit Vanilleeis, mit etwas Zimt. Also schmecken wunderbar, also das riecht man auch, die ganze Aroma. Ja, also die Knödel, also die sind gefüllt mit Marillen und leicht warm, auf Pflaumen mit Eis. Also das passt also wirklich wunderbar. Eisschmerz und schmeckt einfach genial. Der erste Tag der Sylter Lokalschlacht geht allmählich zu Ende. Gerhard muss aber noch ein letztes Mal in den Ring. So ihr Lieben, ich hoffe es hat euch geschmeckt. Ja? Ich habe noch ein bisschen was für euch so zum Verdauen dabei. Jetzt bin ich die ganze Zeit drum herumgekommen. Na wenn das kein Sylter Watt ist. Eine kultige Kräuterlikör-Spezialität hier von der Insel. Dankeschön. Dann zum Wohl. Vielen Dank. Hier habe ich noch die berühmte Rechnung für euch dabei. Jetzt wird es nochmal spannend. Passt die Rechnung unterm Strich zu dem, was das Lokal geliefert hat? Die Gesamtsumme beträgt 610,50 Euro. Wie sind die Punkte von, wenn man jetzt nochmal die Speisen zusammenzählen würde? Also knapp 300 ungefähr bei den Speisen. Bisschen über 300. Vier Personen, drei Gänge, hohes Niveau. Also ich sage mal, da kann man bei den Speisen absolut gerechtfertigt. Super korrespondierende Getränke empfohlen. Wenn man das so sieht, ist die Rechnung, finde ich, für Sylt absolut gerechtfertigt. Mir gefiel halt auch die Regionalität der Produkte. Das liebe ich. Ich meine, wir sind hier auf der Insel und die Insel hat nochmal viel zu bieten. Und es wäre schade, wenn man diese Produkte nicht nutzt. Insofern finde ich, auch wieder, dass die Preise für diese Produkte absolut im Verhältnis stehen, wo man sagt, das passt. Das ist nicht überteuert, sondern man muss das Gesamtpaket sehen. Und das finde ich ist absolut passend. Wie schätzt Gerhard, der Chef, die Leistung seines Teams heute ein? Was sagst du? Von den möglichen Punkten glaube ich, dass ich mir, wenn ich mal kleine Nuancen mit einbauen würde, 38, 39 Punkte geben würde. Hat die Vogelkoje heute den Vogel abgeschossen oder nicht? Die Wertung bitte, Konstanze? Ich gebe den Gerd für den heutigen Abend. Neun Punkte. Nicole? Man muss sich eigentlich gar nicht so viel überlegen. Also alles toll. Zehn Punkte. Und Piotr? Zehn Points. Überraschung, 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 Überraschung. Zeigen, 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 zeigen. Und? Nur null? Sicher? Oh, ich glaube, ich habe ein kleines Detail vergessen. Aber kein unwichtiges. Neun Punkte. Da braten wir doch einen Storch. 38 Punkte holt die Vogelkoje. Die Wertung bleibt natürlich noch geheim. Aber damit liegt die Messlatte verdammt hoch. Morgen geht es bei Piotr aus Polen um Italien. Die Gäste sagen, dass hier bei uns italienisches Essen schmeckt besser als in Italien. Ist da alles italienisch? Das ist Piotr der Style, möchte ich sagen, was er hier so macht heute. Das ist nicht typisch Italien. Überhaupt nicht. Riecht nach Punkteabzug.